happy birthday to you herzlichen glückwunsch an alle leute die heute geburtstag haben und herzlich willkommen bei reddog gamble heute ist freitag heute spiele ich free fire max und ich werde wie immer probieren battle royale zu spielen und danach cs ranket das battle royale ranket und cs ranket zu spielen und dann fangen wir mal gleich an habe nicht viel zeit nur noch 20 minuten deswegen let's go ok die erste runde geht los allerdings nur battle royale bei battle royale ranket wieder keine gegner gefunden was ich zur zeit immer wieder habe weil ich wahrscheinlich zu wenig spiele ich denke ich spiele zu wenig deswegen finden sie keine gegner für mich oh springen alle hier raus und dann zu den häusern hin aber erst mal hier hoch Oh, oh. Und? Jawohl. Oh, ist es früh. Mist. Ist das nur Karriere? 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 Wechsel doch. Kann ich jetzt looten? Dann läuft hier mal nur einer rum. Okay. Okay. Einmal schnell ausgerüstet. Okay. Ach nein. Was ist nur hier los? Was habe ich noch nie erlebt? So, was habe ich noch nie erlebt? So viele Leute gleich am Anfang. So, ich spiele wieder meine Regel von wegen ich darf die Waffen nicht austauschen, die ich gesammelt habe, muss ich bei mir behalten. also sprich habe ich jetzt das Scharfschützengewehr und die P90. Das ist die P90. Das ist die P90. Das ist die P90. Aber ich suche gerade irgendwie einen Pilz oder sowas. Aber ich suche gerade irgendwie einen Pilz oder sowas. Da bin ich meine EPS da. Oh, ich kann hier reparieren. Wo ist denn hier ein Pilz? Oh, das geht auch. Ja, gleich bin ich voll. Super. Das große Medipack, das brauche ich auch. Vielleicht. Wo geht es lang? Wo geht es lang? Einmal eine Runde Seilbahn fahren. Huiiii. Da unten läuft einer. Da fährt einer mit dem Auto. Ach, geht hier noch weiter. Ich habe mich darauf geachtet, wie weit die Zone noch geht. Ich habe mich auf die Flamme und bei der Kürzen. Ich habe mich auf die Flamme und bei der Flamme. Ich habe mich, dass sich auf die Flamme auf die Flamme ins Ich habe mich auf, das geht. Ach, das geht. Das waren% hanno. Oh, das ist ein Krippler. Hm. Oh, my God. Nein! Nein! Warum kann ich meine Wand nicht aufrufen? Ach so, ich kann nicht mehr. Gut. Ja, so. Alles wird wieder ein bisschen anders hier. Ah! Ja! Untertitelung des ZDF, 2020 Spannend, es sind noch vier Leute da, also ich und noch drei weitere. Sie haben mich auf jeden Fall gesehen. Hier sind zwei Leute. Ja, schade. Schade. Ich muss auf jeden Fall die Einschung wieder neu machen bei dem Spiel. Aber er wäre fast tot gewesen. Ich muss auf jeden Fall die Einschung wieder neu machen. Ja, ich denke, er wird gewinnen. Gut. Das war die erste Runde. Jetzt kommt noch CS Ranked. Wenn er es nicht gehabt hat, dann CS Normal. Also, let's go. Okay, let's go. CS Ranked. Spielt. 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 Ich bin nicht ein... Nein, nicht. Ich bin nicht schattet. Ich bin nicht schattet. Ich bin nicht schattet. Ich bin nicht schattet. Jetzt bin ich tot. Jetzt bin ich tot. Oh. Ich war mir nicht dabei. Ah. Nein. Hfk Spieler. Ich bin nicht dabei dabei. Runde 2. Hier rein. Warte mal. Warte mal. Aber auch! Jetzt sind die Hand. Und wie? Da ist das? Ich bin nur noch etwas aus. Ich hab das auch gesagt. Nichts nicht. Jimmy. Weitere. Jetzt abholt dich. Ah, ich werde direkt Headshot. Ab jetzt wird's spannend. Es ist schon mal ein Räuber. Es ist auch ein Räuber. Es ist schon mal ein Räuber. All right. Crap, C-Trip. Wooper. Nice! Ja, ich hab noch einen. Ja, ich hab noch einen. Ich hab noch einen. Ich hab noch einen. Ich hab noch einen. Schon wieder der. Naja. Wenigstens Zeit. Killed. Gleich noch mal. Ja. All right. Okay. Ja. Ja. auch die Schalle schade Wer ist das? Red Dog Gamble? Ich war der beste Spieler aus meinem Team Der Einzigste mit einem Kiel wahrscheinlich Gut, dann würde ich mir sagen, was war's für heute? Ich habe einen neuen Stern, habe ich nicht gekriegt, keine Ahnung Auf jeden Fall, Dankeschön für's Zuschauen Ich würde mich freuen, wenn ihr aber nicht selber seid Bis dahin für euch viel Spaß und auf Wiedersehen Ciao, ciao